Übrigens, Spenden kostet immer genauso viel, wie sich heilen zu lassen. Zumindest eine normale Verwundung. Und... Gottes Eingriffsbuch hab ich ja einmal gefunden gehabt, aber das brachte mir ja nichts, von daher... ging das in den Mülleimer, sozusagen. Nö, ich glaub, hier war alles fertig. Der Obelisk hab ich denn schon mal gesammelt. Hier sind mir jetzt die ganzen Greifen, die man töten muss für jede Aufgabe. Den hatten wir noch nicht, okay. Das erklärt so einiges. Dann... Platte Großmeister kann ich nicht lernen, leider. Das ist eine der wenigen Sachen, sondern eine der paar Sachen, die der Paladin dem Ritter hinterher liegt. Tja, euch beide... braucht man leider nicht. Und die ganzen Sachen hier sind unwichtig, da ich die einfach schon hab oder nie brauchen werde. Nun gut, ich könnte aber noch ein paar Lampen einsacken, wenn ich welche finde. Ein kurzer Überflug... Wie gesagt, im Oktober lohnt sie sich richtig. Wegen 8 Fähigkeitspunkten. Und... Naja, ich werde jetzt nicht unbedingt eine Grundumsuche machen, aber... Mal eben die Sandflächen abfliegen kann nicht schaden. Tja... Wie gesagt, es lohnt sich ziemlich. Und... Die ganzen Erze werde ich liegen lassen. Ich hab damit irgendwie... Wenn sie richtig hochwertig sind, werde ich sie vielleicht doch noch holen. Irgendwie, was soll denn hier rumliegen? Ich seh gerade mal nichts. Hm. Fehlanzeige. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann könnte hier noch was sein... Ja, zum Billiges. Dann haben wir hier noch ein Lämpchen. Genau, die will ich doch haben. Denn wir haben inzwischen August, dann ist der Oktober nur noch einen Monat entfernt. Ne, zwei Monate, ich kann nicht rechnen. Und das, obwohl ich im September geboren bin, ich glaub's nicht. Ähm... Gut, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit zu. Was gibt's denn hier? Ich glaub, das war ein... Ne, eine Lampe. Okay. Okay. Haben wir schon mal drei extra Dinger gefunden, oder? Ich glaube zumindest... Ich weiß nicht, ob wir in dem Bereich auch noch welche rumladen. Will's... Ich glaube einfach mal nicht. Aber das war hier was für eine Hütte? Äh... Ampullen, ähm... Alchemieladen. Ich glaube, da gab's keine schwarzen Tränke in dem... Ding. Und irgendwie haben die alle diese dieselbe Höhe. Ich kann exakt auf Schritthöhe fliegen überall. Das gefällt mir doch. Und eigentlich hab ich hier fertig. Luftgroßmeister führt eigentlich dazu, dass wir... Fliegen können ohne Punkte zu verlieren. Das ist ganz praktisch. Und Unsichtbarkeit hält jetzt in halber Ewigkeit. Das ist auch schön. Funkflugkrieg hat noch einen Leichentouch dazu bekommen. Schild brauche ich nicht mal nachzucasten. Und... Das kostet nichts mehr. Und ich kann einen neuen Zauber lernen. Gefällt mir doch. Damit begeben wir uns... Nun... Auch direkt mal kurz nach Celeste. Denn ich glaube, das ist die... Oder zumindest eine... Eine Großmeister Luftgilde. Die war... Nach oben gerichtet. Und dann nach links. Oh, ihr habt die Skills auf den Rennen anzulaufen. Und ich glaube, feine gab's ja keine mehr. Ich hab mal nicht einmal die Zeit genommen und das ganze hier leer geräumt. Denn hier kann man durchaus ganz gut shoppen gehen. Gar keine schlechte Idee mal hier nach dem Kopfgeld zu fragen. Ach ne, das verschloss Lambent. Okay. Falsch vertan. Falsch vertan. Falsch geguckt. Hier war nämlich das eine Ding gewesen. Das heißt, ich muss doch nach unten eigentlich, damit ich da zu den ganzen Läden komme. Ach ja, ich dummere hier nicht. Wie gesagt, Feinde gibt's hier keine mehr. Nur noch ein paar aufgeschreckte Bürger. Ich kann aber nicht warten. Das ist blöd. Da sowieso alle Läden zu haben, muss ich mal eben hier raus. Ah, dumm gelaufen, nicht wahr? Und hier kann ich auch nicht warten. Ah, äh, äh. Danke, hier kann ich wieder warten. Nein, kann ich nicht. Na, oh, oh. Hier kann ich warten. Okay. Warte um Sonnenaufgang. Und noch eine Stunde. Und dann, da ich zu faul bin, zu laufen. Ab nach Celeste. Die ganzen Parts drehen sich gerade eigentlich nur darum, dass ich meine restlichen Großmeisterdinger sammle und alles Mögliche. Aber das hat auch seinen Effekt. Und irgendwie verzaubert sich damit immer einer mit so einem Tag der Götter buff. Und das klappt nur beeilen. Ich versteh das Prinzip ja nicht so ganz. Ah, na klasse. Immerhin ist Platz im Invertal dafür. Und ich darf demnächst wieder verkaufen gehen, aber was soll's. Ich bring den beiden Kohle und davon habe ich gerade mal nicht mehr so viel übrig. Was irgendwie schade ist. Gut, in Alchemieläden gab's meistens was Schwarzes. Reaktion und Geschick. Reaktion ist eigentlich so ein Nonplusultra-Ding, das man eigentlich überall braucht. Deshalb bin ich da gewillt, das zu kaufen. Hier haben die aber gerade mal nichts Schönes. Eigentlich wollte ich in Luftglöde gehen. Welche Großmeister Zauber anbietet. Das wäre mein letztes Geld, welches ich auch rausschmeiße. Das ist aber praktisch für Kämpfe, wo die Feinde gegen Feuer resistent oder gar immun sind. Deshalb bin ich da gewillt, den auch zu holen. Sternenfeuer ist mein. Nein. Und dann habe ich übrigens ein komplettes Zauberbuch. Ich glaube, der Zauber ist ein bisschen schneller von der Ausführung her, also von dem, was herunterfällt. Ansonsten... Warte mal, fliegen sie immer noch drauf. Ich habe doch gerade gepennt oder gewartet. Wir können die Sache ja mal zum Test führen. Ich habe zwar nicht mehr viele Punkte übrig. Autsch. Aber die sind ganz gut aufgereiht. Okay. Sternenfeuer kostet 30 Zauberpunkte. Das müsste ich haben. Mehr als genug. Und man sieht schon, das kommt ein bisschen schneller auf den Boden zurück. Oh. 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 Also, ich mag das auf jeden Fall, da es halt so sofortig ankommt. Aber dafür habe ich nicht mehr genug Punkte. Egal. Die Fähigkeit ist auf jeden Fall nicht schlecht und... Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Platz brauchen diese Rüstung bloß? Was ich mich frage, ist, ob der Aufzug wieder funktioniert zu dem Medusa. Aber... Ich gehe inzwischen, könnte ich da runter, da ich mich gegen Stein schützen kann. Irgendwie dank Schutz gegen Magie. Aber... Irgendwie bin ich ein bisschen... Ungewillt und irgendwie... Ist Fliegen gerade jetzt ausgelaufen? Oder habe ich... Ach ne, er ist erst K.O. gegangen. Daran lag das. Genau. Und das ist auch der Fall. Bei manchen Zaubern hört es auf zu funktionieren, wenn die... Charaktere dazu ausfallen. Ich glaube, das... Geld für Wasserwandeln und Fliegen kann sein. Das ist auch andere Zauber trifft, die ich kenne keine. Hügelgräber... Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich könnte nach Nihon und die Aufgaben erledigen. Das Labyrinth von Nihon... Ach so, die Gebeinde waren doch im Labyrinth von Nihon, welches wir noch nicht gesehen haben, aber mir durchaus ein Begriff ist. Teleportieren kann ich mir das gerade leisten. Um einen Punkt genau. Ab in die Nihon-Berge und dann würde ich da erstmal einen Schnitt machen. Demnach würde ich schon mal fürs Zusehen danken. Ich will ja nicht genau LTF zitieren, wie er es am Ende jeder Folge machen würde. Das wäre nämlich, ich danke fürs Zusehen. Ähm... Ich penne mal kurz, bewege mich fix dorthin, wo ich möchte und nehme mir vorher noch eine Aufgabe an. Fliegen sollte reichen. Hexaufgabe, wo war die denn? Entschärfen... Nee... Torerwenden... Genau, du warst das gewesen. Ach du meine Güte. Hm, für manche ist es ein einfacher Vorgang Hexer zu werden. Für andere ist es fast unmöglich. Ja, für die, die es einfach ist, die spielen Mighty Magic 6 und die erste Klasse, die sie erstellen, nennt sich Hexer und ist das, was hier ein Zauberer ist. Aber das weicht vom Thema ab. Ihr müsst einen Vertrauten finden, der eurer Persönlichkeit entspricht. Der Vertraute wird euch helfen, eure magischen Fähigkeiten zu fokussieren und eure Konzentration zu verbessern. Manchmal können sich mehrere Einvertrauten teilen, manchmal nicht. Die magischen Auswirkungen kann niemand spüren außer einem Großdroiden, also jemand, der schon mit der Natur im Einklang ist. Nun will ich auch sehen, was für eine Vertrauen ihr braucht. Tor hebt einen kunstfertigbeamtes Juwel hoch und blickt euch durch das Juwel an. Er runzelt die Stirn. Hm. Naja, die gute Nachricht ist, dass ihr alle denselben Vertrauten benötigt und alle sehr mächtig werdet, wenn ihr ihn gefunden habt. Die schlechte Nachricht ist, dass euer Vertraute ein Drache sein muss. Findet ein Drachenei. Bringt es hierher zurück, dann wir werden es ausbrüten und den Vertrauten Zauberspruch aufsagen. Mein Training bei Meister Yoda hat durchaus Frühstück getragen, findet ihr nicht auch? Der Babydrache wird euch alle prägen und ihr ihn. Vielleicht findet ihr ein Drachenei in einer Drachenhöhle im Land der Riesen. Passt aber auf die Mutter auf. Nun, die Quizfrage ist, wie um alles in der Welt kommen wir ins Land der Riesen? Das weiß ich selber nicht im Kopf. Da war ich bisher, glaube ich, noch nie gewesen. Denn, wie gesagt, das Spiel hatte ich noch nie ganz durchgehabt. Und das ist einer der absoluten letzten Gebiete, die wir betreten. Oder betreten müssen, um in der Story weiterzukommen. Aber, wie dem auch sei... Hier ist noch ein Altar. Kann ich den betätigen? Ich weiß nicht, welcher Monat das war. Es ist möglich. Dann wollen wir das schnell tun und nicht zu rausziehen, denn die Rocks sind gefälliger, als man vielleicht denkt. Habe ich hier nicht alle irgendwann weggeräumt? Ach nee, das waren die beim Obelisken gewesen. Das ist ein Unterschied. Und dort oben auf dem Berg gibt es, glaube ich... Das ist, glaube ich, ein Vulkan oder so. Ich kann mich... Ich kann mich da gerade nicht genau festlegen. Jedenfalls wollte ich mich eben zum Labyrinth begeben. Das war dort oben irgendwo. Hüstel. Und das wäre mein erstes Ziel. Denn dort kann man sich durchaus aufs Sondergebirge vorbereiten oder auf Ähnliches. Denn eigentlich gibt es hier nur zwei Dungeons. Das Ding hier und das Sondergebirge. Und das Sondergebirge ist 20.000 Gänge breit und Ähnliches. Deswegen würde ich sagen, hier gehen wir als nächstes hin. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war spaßig. Wenn ich auch gerade relativ wenig Action eingebracht habe. Ein bisschen Bürokratie sagen, weil man muss auch dabei sein. Das ist irgendwas für mich. Vielen Dank.